ja leute das thema wasserwechsel der wasserwechsel wird ja meistens als die ultimative waffe im meerwasser bezeichnet das stimmt teilweise so teilweise kann man sich aber auch mit dieser ultimativen waffe das becken noch weiter verschlechtern ich versuche das ganze hier mal so einigermaßen strukturiert anzugehen und zwar versuche ich alle verschiedenen bereiche zu beleuchten und euch ein kleines bisschen die sache näher zu bringen worauf man achten soll was dementsprechend wichtig ist was passieren kann was nicht passieren kann grundsätzlich ist es erstmal so dass wenn wir einen wasserwechsel machen wollen haben wir im hinterkopf wir haben ein problem die probleme die uns dazu führen können einen wasserwechsel durchzuführen sind vielfältig in meinen augen gibt es eigentlich nur ja in dem aus dem problembereich heraus die sache ich habe meinetwegen zu viele nährstoffe oder ich habe meinetwegen zu hohe werte in meinem kalkaushalt also sprich magnesium kalzium kh beide sachen nährstoffe und der kalkaushalt lassen sich durch einen wasserwechsel einigermaßen in den griff bekommen heißt im umkehrschluss dass wenn ich zu hohe werte im bereich nährstoffe habe kann ich durch einen entsprechend dimensionierten wasserwechsel die werte drücken habe ich jetzt probleme in meinem kalkaushalt wird die sache schon interessanter weil dann bringt mir der wasserwechsel nur was wenn ich den wasserwechsel auch mit den entsprechenden salz mache was dementsprechend niedrigere werte hat als wie ich tatsächlich habe und da kommen wir dann gleich gehe ich gleich mal etwas näher darauf ein so das sind jetzt die beiden punkte die jetzt einen wasserwechsel bei problemen rechtfertigen der nächste punkt für einen wasserwechsel ist weil es mein versorgungssystem so vorsieht und das ist auch ein punkt wo viele sagen ich möchte aber ein versorgungssystem haben wo ich nicht so viel wasserwechsel machen muss oder am besten gar keinen wasserwechsel ich bin grundsätzlich ein freund davon regelmäßige wasserwechsel zu machen aus dem ganz einfachen grund ich habe auch immer noch im hinterkopf ich frische dadurch mein system auf so jetzt wisst ihr alle dass ich ein entsprechendes system im moment fahre von ati die essentials plus die keinen regelmäßigen wasserwechsel fordern aber man kann ihn machen es ist wir haben zum beispiel von diesem system keine vorgabe dass man es machen muss ich gehe da mit dem gesunden menschenverstand ran und gucke in mein becken und sagt passt oder passt nicht ist natürlich jetzt eine sehr schwammige aussage für anfänger die wahrscheinlich dann die problematik haben dass irgendwas anderes im system nicht stimmt so was kann so eine aussage kann man nur treffen wenn becken tatsächlich vernünftig läuft und alle anderen störfaktoren man ausschließen kann also ja dann haben wir natürlich systeme wie zum beispiel das balling allgemein wo hingegangen wird natürlich gesagt wird regelmäßig wasserwechsel ich sage jetzt mal wöchentlich zehn prozent das ist bei solchen systemen dafür da um eine ionen verschiebung vor ja eine ionen verschiebung zu vermeiden dementsprechend kann man das auch dann in den entsprechenden icps sehen so das wären jetzt erstmal die grund dinge um ein wasserwechsel machen zu müssen kommen wir zu dem punkt was kann ich mit einem wasserwechsel kaputt machen kaputt machen kann ich mir mit einem wasserwechsel zum beispiel ein frisches becken wenn ich ein frisches becken angesetzt habe habe sowieso schon auch ein becken das sowieso schon generell nährstoffarm fährt entweder sehr nährstoffarme becken oder frische becken so wenn ich jetzt hingehe und in einem solchen becken einen wasserwechsel mache reduziere ich ja schon das vorhandene material an nährstoffen und setze somit die nährstoff verfügbarkeit noch weiter runter außer ich habe natürlich ein problem mit meinem grund ausgangs wasser komme ich gleich noch zu wenn ich also jetzt nur mal als beispiel rechnen wir jetzt einfach mal runde zahlen ich habe 100 liter becken und ich mache einen zehnprozentigen wasserwechsel somit denke ich dann auch wenn ich zehn prozent heraus nehme denke ich auch den nährstoff gehalt gesamt um zehn prozent nur um zehn prozent in meinem becken nicht mehr weil ich habe nicht mehr herausgenommen wenn ich jetzt 20 prozent rausnehmen ganz einfaches rechenbeispiel um das jetzt nur nur mal zu verdeutlichen wenn ich jetzt ein problem mit meinen nährstoffen habe ich sag jetzt mal ich habe eine charmante 0,1 an phosphat und eine 10 an nitrat ist in meinen augen jetzt nicht das schlimmste aber es ist jetzt nur für das rechenbeispiel da ich entnehme 20 prozent wasser und bringen neues war neue zehn prozent wasser wieder hinein dann senke ich das ganze natürlich neue 20 prozent wasser neues frisches wasser hinein so dann senke ich das ganze natürlich um 20 prozent das heißt meine mein nitrat 10 geht runter erst mal auf nitrat 8 und das gleiche spiel funktioniert beim phosphat auch erst mal direkt nach dem wasserwechsel jetzt muss ich aber im hinterkopf behalten dass meine nährstoffe hier und da natürlich auch gepuffert werden im wasser das heißt es bringt nicht unbedingt was also wäre sinnvoll das ganze natürlich erst mal auf anderen wege rauszuholen wenn ich natürlich ein extremes problem habe mit nährstoffen dann bringt ein größerer wasserwechsel von maximal 30 35 prozent natürlich etwas um diesen pegel runter zu kriegen um ihn aktiv zu bekämpfen aber man sollte sich im umkehrschluss dann auch überlegen warum ist das so und andere maßnahmen dazu einleiten das war jetzt die seite nährstoffe die war einfach zu rechnen jetzt kommen wir auf die seite ich habe zu viel von irgendetwas drin meistens ist es magnesium oder kalzium den kh kann ich theoretisch gesehen auch weiter senken aber lassen wir jetzt erst mal das meiste was was wirklich hier und da zu viel ist es meinetwegen magnesium und kalzium jetzt brauche ich natürlich dann ein entsprechendes salz was dementsprechend weniger oder niedrigere werte hat da gibt es verschiedene hersteller am markt die ich jetzt hier nicht benennen möchte ich selber habe da auch schon von einigen firmen was ausprobiert es gibt salze die man sich selber zusammensetzen kann es gibt salze die fertig angemischt sind und schon generell einen niedrigeren wert haben die salze die man sich selber zusammen basteln kann finde ich in meinen augen besser aus dem ganz einfachen grund ich habe ja kein problem mit dem kh und ich habe meinetwegen kein problem mit dem kalzium sondern nur ein magnesium von utopischen 1600 meinetwegen die was ich runterdrücken will dann gehe ich natürlich hin und bastel mir ein salz zusammen vom entsprechenden hersteller gibt es wo ich sage okay ich packe meinen anteil kh rein ich packe meinen anteil an kalzium rein und ich lasse den anteil magnesium vollständig weg dann kann ich natürlich hingehen und sagen okay bei einem wasserwechsel von meinetwegen zehn prozent reduziere ich dann auch um zehn prozent habe ich es allerdings ein salz wo dementsprechend natürlich noch magnesium drin ist wenn auch nicht so viel dann reduziere ich das nicht um diese zehn prozent die der wasserwechsel an sich bringt oder meinetwegen 20 prozent wenn ich 20 prozentigen mache dann reduziere ich das um einen weitaus geringeren weil ich führe ja auch wieder magnesium mit hinein und da liegt dann im endeffekt der hase im pfeffer um herauszufinden wie drücke ich das am besten ja und jetzt kommen wir zu dem bereich wo ich sage es kommt auf den ausgangs auf das ausgangsmaterial an für den wasserwechsel wechsel das ausgangsmaterial für unseren wasserwechsel ist für uns essentiell wenn ich eine schlechte osmose anlage habe oder eine osmose anlage habe die dementsprechend nicht das wasser so hinten raus schmeißt wie es soll also spricht dass wir noch rest materialien an was auch immer drin haben ich habe jetzt neulich ein fall gehabt der hat immer noch phosphat drin gehabt ich habe auch schon genug leute gehabt ja da war noch kupfer drin und 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 weil die osmoseanlage und des harzes meinetwegen nicht geschafft haben wichtig ist dass wir das ausgangswasser dass das hundertprozentig ist thema osmoseanlage und herstellung desselbigen also nicht der osmoseanlage sondern vom reinwasser oder reinwasser habe ich auch schon was zu erzählt verlinke ich euch oben und das ist der punkt eins der nächste punkt ist das salz was wir einsetzen es gibt zig viele zigtausend salze sage ich jetzt mal an am markt und alle werben damit dass sie das beste und das tollste und das was auch immer sind jetzt habe ich mit salzen grundsätzlich folgendes problem und das sieht man dem salz nicht an es ist entsprechend vom hersteller was drauf gedruckt einige hersteller sagen auch schaut her wir machen regelmäßig der icp da ist der entsprechende code zu der icp zu diesem zu dieser charge die da jetzt drin ist ähm wie erkläre ich es wenn ich jetzt eine tonne salz nehme 1000 kilo behaupte ich jetzt ich rede jetzt fiktiv also ja in diesen einer in dieser tonne salz sind alles was wir brauchen da ist magnesium drin da ist kalzium drin da ist kh drin et cetera pp dann kommen die spuren elemente und wie der name es schon sagt diese elemente sind in spuren drin es wird dementsprechend ein großteil von dem salz was wir benutzen wird in verschiedenen salzmühlen angemischt zu den entsprechenden herstellungen geliefert kommt dann label drauf und gut ist heißt auf gut deutsch die salze werden gemischt dann gibt es wiederum salze die aus ja verdunstung entstehen das heißt irgendwo wird dann dementsprechend seewasser reingebracht es wird das entsprechende wasser verdunstet und was zurückbleibt dieses see das salz wird dann dementsprechend verkauft das ist zum beispiel eine methode wo ich sage okay das salz ist definitiv gut durchgemischt weil das tatsächlich aus der essenz des meerwassers entstanden ist bei einem gemischten salz und das ist leider gottes heutzutage die masse die wir haben kommt es vor dass halt hier und da dann mal sachen zu viel drin sind oder zu wenig drin sind an spurenelementen weil es halt die natur der sache ist wenn ich jetzt spurenelemente hinzugebe in ein großes behältnis dann ist es immer noch ein spurenelement was ich nicht gleichmäßig überall in diesem salz hundertprozentig verteilt obwohl es natürlich auch gut durchgemischt wird klar logisch aber es kann schon passieren dass wir hier mal ein bisschen mehr haben dann haben wir da mal ein bisschen weniger und das ist eine sache die wir nicht kontrollieren können wie gesagt ich bin von diesen salzen die durch verdunstung entstehen das wäre eine möglichkeit da kann ich es aber auch kann und will ich jetzt keine hersteller nennen weil ich damit keine erfahrung habe aber die erfahrung die ich habe ist zum beispiel absolute ocean und das ist jetzt hier keine werbung dafür ich bekomme da auch nichts für gottes willen aber ich möchte euch das prinzip gemischtes salz zu flüssigem medium etwas näher bringen dieses flüssige medium also sprich das absolute ocean ist ja im prinzip nichts anderes wie jetzt meinetwegen das salz was ich jetzt durch verdunstung bekomme bloß halt ist es noch flüssig gehalten da geht man hin und mischt alles unter und durch diesen flüssigen liquiden äh zustand wird alles komplett hundertprozentig sauber ineinander vermischt und bleibt auch so was bei einer charge gemischten salz nicht immer der fall ist so bei diesem absolute ocean ist es so das zeug wird zusammen gemischt bevor es abgefüllt wird wird es überprüft passt das hundertprozentig mit dem was auf der verpackung drauf steht und das was auf der verpackung drauf steht bei denen ähm ist auch tatsächlich fakt in der handhabung ist es äh ziemlich einfach ich habe die entsprechende tabelle auf der seite drauf stehen wie viel ich wofür brauche meinetwegen für meine 50 liter wechselwasser die ich äh alle drei bis vier wochen mal mache brauche ich drei liter von jedem entsprechenden teil kipp das zusammen packt es die entsprechende menge an osmose wasser dazu waren glaube ich dann 44 liter dann komme ich auf 50 liter fertig mische das ganze vernünftig durch und fertig ist die kiste und ich habe vernünftiges sauberes ausgangswasser wo ich von behaupten kann dass wenn meine osmose anlage vernünftig läuft dass ich dann auch entsprechendes ausgangswasser habe und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin von dem zeug begeistert und wenn mir jetzt jemand mit dem argument kommt ja du hast aber dementsprechend nur für 170 liter da material drin und der ganze müll und so kann ich euch ganz einfach sagen das material was verwendet wird für den transport und für die behälter ist alles komplett recycelbar die plastikbehälter kommen in die gelbe tonne wird recycelt die außenverpackung ist pappe kommt in den in die blaue tonne wird recycelt ihr habt vernünftiges ausgangswasser bessere ausgangssituation könnt ihr gar nicht kriegen das ist meine persönliche einstellung kann jeder jetzt sagen nee will ich nicht aber wenn ich das ganze jetzt zum beispiel auch hochrechne das wäre jetzt der nächste punkt ist es genauso teuer oder kommt genauso vom preis her daran wie bei einem teuren markensalz ja jetzt aber genug aus der richtung wie gesagt also ich bin grundsätzlich davon überzeugt dass wenn ich einen wasserwechsel mache dass ich dementsprechend vernünftiges ausgangsmaterial brauche und ich natürlich auch wissen muss was will ich tatsächlich mit diesem wasserwechsel erreichen nicht wenn irgendetwas schlechter steht so nach dem Motto macht doch mal einfach ein wasserwechsel das bringt es schon nein geht auf ursachenforschung warum ist das so nützt mir der wasserwechsel was was mache ich im endeffekt mit dem wasserwechsel was kann es was kann passieren was kann nicht passieren was bringt es mir was bringt es mir nicht schreibt mein system das vor schreibt es mir das nicht vor das sind alles so sachen die ihr euch im vorfeld überlegen müsst ist es sinnvoll ist es nicht sinnvoll brauche ich es brauche ich es nicht ihr seht einfaches thema theoretisch gesehen und im hintergrund sind wieder zigtausend sachen die man beachten sollte muss kann darf ähm ja ich habe wie gesagt wieder mal lang genug geredet und ich würde mal sagen wenn euch das hier gefallen hat lasst doch bitte den daumen da und wünsche euch einen schönen tag abend oder nacht oder wann auch immer ihr dieses video schaut ich zähle euch auf euch bis zum nächsten mal euer viper ciao